und ein herzlich willkommen auf meinem kanal timo tv ich bin heute alien blackout das geht mir auch schon gekauft findet ihr in der linkbeschreibung kostet 5 euro 49 aber hey das kann dafür nichts sagen das ist geil gemacht ja das game aber schon gekauft von google umfrage ist man sehr viele umfragen bekommen und so ja davon kriegt man ja geld so mal gucken wie das spiel ist also ich habe nur das anfang gespielt auf ein anderes zu gucken ob alles okay ist jetzt spiele ich auf mein anderes handy wo ich ja immer aufnehmen es kommt auch später wieder hack videos das kommt später so jetzt haben wir erst mal das game ja ja nice man hier sind also kamera hier sind die menschen da oben hier sind die leben von denen da war schon das erste alien was das ding didn't you get my transmission this place is a death trap there were no transmissions the station mainframe cleared us to dock for repairs i'm studwick the engineer and yeah the shuttle can't go half a day without the fresh said of scrubbers Okay Okay, jetzt haben wir das hier Da klicken wir mal drauf Okay, zwei Leute gehen da hin Sind die jetzt weg oder was Da müssen die jetzt, die Leute, die müssen die jetzt zum gelben Punkt bestimmt Okay, mal wieder, kommen wir wenn ihr mehr davon sehen wollte schreibt es in den kommentaren und es kommt auf jeden fall da oben ist eine zeit von 6 minuten und 50 sekunden es ist mir diese tür und gehen zu dieser kamera ok großkameras die drehen sich die müssen jetzt hier kommen im bild ja da sind die auch ok ja moin ok ok alles klar alles klar geil ok ok das die 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 Good guess. Saito, what are you doing? Uh, being lost. Kind of panicked there. Some directions would be nice. Oh. Paid for Saito's high-schnitt. Okay. What's going on? Ah, I'm not sure I'm here. Oh. Da. I'm going to do that. What's much more on? Geh doch da rein! Also ich muss dir jetzt da hin tun, ok. Läuft die jetzt automatisch alleine weiter? Ja ok, die läuft automatisch alleine weiter. Ok, ich kann nur vier Türen schließen. Ok, ok. Ok. Dann schließen wir die Tür. Öffnen wir die Tür. Dann schließen wir die Tür. Wir müssen sterben, weil die jetzt entkommen sind. Aber da kann eigentlich jetzt kein Alien kommen. Erstens, ich habe alle Türen geschlossen. Und ja. So, der eine ist schon mal weg. Ja. Du hast es geschafft, wo die anderen sind. Kommen wir mit die Tür. Die haben es geschafft. Cool, Mann. Thorncroft. Shall we then? Yes, Monsieur Tony. Ok. Die haben es also schon mal geschafft. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Wir gehen jetzt dabei hin. Ok. Ich weiß nicht, eigentlich. Aber als ich aus Hyper-Sleep kam, die meisten von ihnen waren bereits tot. Aber du kennst, was sie hier zu essen hatten? Du sagst, dass Weyland-Yutani diese Kreatur erschaffen hat? Nein. Aber dieser war hier in Ordnung. Wir können es später sprechen. Für jetzt, wir reden. Level geschafft. Okay. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und auf jeden Fall, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und ja. Das war es dann auch schon mal für heute. Habt noch einen angenehmen Tag. Ciao.